Ich lerne Deutsch. Nummer 8544 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bist du schon einmal in einem Schlafwagenabteil gereist? Gerechtigkeit bedeutet, jedem Menschen das zu geben, was ihm zusteht. Gerechtigkeit bedeutet, jedem Menschen das zu geben, was ihm zusteht. Stefanie lehnt an einem Baum und telefoniert mit Jakob. Im Glas und auf dem Holzlöffel befindet sich Kaviar. Im Glas und auf dem Holzlöffel befindet sich Kaviar. Der Lehrer versucht, die Schüler zu motivieren, aber die Langeweile ist einfach zu groß. Der Lehrer versucht, die Schüler zu motivieren, aber die Langeweile ist einfach zu groß. Die Haut ist dein größtes Organ. Tu ihr etwas Gutes. Die Haut ist dein größtes Organ. Tu ihr etwas Gutes. Er war ein liebenswerter, intelligenter Großvater, von dem ich viel gelernt habe. Er war ein liebenswerter, intelligenter Großvater, von dem ich viel gelernt habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020